Hallelu! Willkommen zurück zu einer Weiterefolge von AIDA Asolation. Wir sind immer noch in Schacht, äh in Schacht, im Schrank drin. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hm, okay. In der letzten Folge haben wir mit Zemmiss und äh gesprochen, die brauchen unsere Hilfe. Taylor ist nämlich verletzt. Und wir sollen jetzt mit ihr gehen nämlich, wenn wir so schnell hier rauskommen, wissen wir noch nicht. Holfer habe ich hier, fahrt ich mir nach. Seht ihr was? Oh, ich seh was, ich seh was. Okay, warte. Ist eigentlich schon auch da, okay. Fliegen in A, Unterbrechung aktiviert. Bereithalten. Okay, ist keiner. Ist jetzt doch alles okay. Noch? Auch keiner? Gut. Okay, ist sicher. Ähm. 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 Es sieht mich nicht, es sieht mich nicht. Oh mein Gott, der ist mir einfach wehgetan. Oh nee, jetzt kommt der jetzt hier raus wieder. Ich hab keiner, wo ich hin muss. Oh Gott, das will er. Es ist so gut, dass die langsam sind. Rein. Oh Gott. Hilf mir. Du Arschloch. Verpiss dich. Ich stecke hier fest. Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Hilf mir. Hilfe. Wo muss ich hin? Ich hab keine Ahnung. Da rein. Gut. 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 Oh mein Gott. Hilfe. 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 Ei, ei, ei. Hilfe. Schnellt. Schnellt. Joch. Har tracksuit. Schnellt. Pas. das ist die türen und jetzt müssen wir aufpassen jetzt genau nämlich dass das ist das alien was so und der schlappern und er ist wieder zurück nein ich wollte stein muss dahinten oder das sehen ich würde sehen ich würde sehen ich würde sehen Oh Gott, 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 speichern, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, Junge, Junge, letzte Folge ist auch was krasses passiert, jedes Mann in der Folge ist auch was krasses. Oh nein, ich hoffe, der hat mich jetzt nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, oder? La, 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 ich bin ein wunderschönes Kind, ich leih mich mal von dir weg, ich leih mich mal von dir weg. Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute, ich habe so ein Glück, ey, könnt ihr gar nicht glauben. Ich bin nicht da. Nein. Nein. Oh Gott, jetzt fiffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. AAAAAAHHHHH! NEIN! Nein, 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 nein! Du Arschloch,-Fänner! Du bist du dorst! Geht's um Leben und tot! Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Schnell! Junge, Junge, gehen Sie zu Lorenz, Stay, 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 Turn. Alter, Junge. Ah, jemme, ne. Jetzt habe ich noch einen Schluck auf, man. Und auch noch, und rülpsen. Ach, Gott, ne. Nie voll. Ach, Gott, ne. Ach, Gott, ne. Ach, Gott, ne. Es ladet, es ladet, es ladet, es ladet. Nehmen Sie den Transit zum Sch-S-S-S-S-Gemiet-Turn. Okay. Okay. Was? Oh nein. Nicht das Elen auch noch. Oh, lass... Oh, leck mich doch mal. Nicht das Elen. Nicht das Elen auch noch. Scheiße. Ich hab's gerade gehört, ich darf jetzt nicht lausen. Es kommt das Elen aus dem Schacht rausgegraben und tötet mich. Nämlich ganz schnell. Lass mich schnell unten. Schnell, 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 schnell. Oh Gott, oh Gott. Dann hab ich doch mal schnell reifen. Entschuldigung. Oh Gott, ich bin doch so schrecklich. Ihr wisst nicht, wie froh ich sein kann. Endlich mal hier. Oh, dass Elen zu dürfen. Ich hoffe, es kommt jetzt keine Leute. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh Gott, ich bin doch so schrecklich. Ich bin doch so schrecklich. Darf ich bitte rein? Danke. Wo muss ich hin? Ich bin auf die andere Seite. Och, mein Gott. die waldfee ist doch ist echt interessant das spiel macht auch schriftlich das spiel macht einfach spaß jetzt hast du auch aus wenn ich noch da hause bin geht es zum ist und taylor sagen wir uns hier drüben okay replay ist das replay wie geht es ihr sie muss versorgt werden die krankenstation ist in der nähe aber ich wollte sie nicht alleine lassen ich werde nachsehen mal sehen was ich finden ist sie bleiben bei ihr ich werde versuchen den funk verstärker zu reparieren was wenn diese und befugter sicherheitsverstoß registriert transitsystem auf abweisung abgeschaltet kann ich irgendwo speichern durchhalte ripley sucht nach hilfe so speichern gut wir haben keine zeit zu verlieren tapen ab schweiz Sie! Hey, Sie! Ich brauche einen Arzt. Hallo? Ich brauche... Ich kann Sie nicht verstehen. Moment. Kommen Sie hoch. Ich habe den Fahrstuhl für Sie aufgemacht. Moment. ich finde den weg in die zentkiste so leute damit würde ich sagen das war es nur für die folge und wir sehen uns einfach gleich wieder bei der nächsten fall wenn es wieder heißt in isolation bis bald leute bis zum nächsten mal aber es wird heute letzte video sein weil fort abend nicht mehr wo ich dann soweit spielen bis ich dann den speichern finden dann höre ich auf zu heute okay dann bis gleich wieder bei der nächsten wieder bis bald